Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Uyumbilin, 2. Bundesliga 2018-2019, 2. Spieltag. RFC Köln gegen Uyumbilin, Ergebnis 1 zu 1. Startelf, RFC Köln, Horn, Rissé, Sudbach, Carichos, Horn, Hector, Clemens, Schaub, Hauptmann, Schatzler, Cordoba, Startelf von Uyumbilin, Gickewitz, Trimel, Friedrich, Berensen, Reichel, Schimmeerbach, Hachtel, Rümel, Hachtelut, Redondo, Andreson. Das war's von RFC Köln gegen Uyumbilin, 18.06 Uhr. Das war's von RFC Köln gegen Uyumbilin, 19.06 Uhr. Das war's von RFC Köln gegen Uyumbilin, 18.06 Uhr. Das ist die Ausnahme von RFC Köln gegen Uyumbilin, 18.06 Uhr.